Hallo und sehr willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kamichin Nickel Simulator 2021 Oh, hier gibt's gar kein Schild Schade Starte Okay, nee, Quatsch, hier Teflon A True Tellcat Ich weiß hier, ob... Ah, weiß ich nicht, ob das so schlau wäre Ja, machen wir mal Servus Ich habe eine sehr sentimentale Aufgabe für dich Dieser Hellcat ist das einzige von meiner Oma, das ich noch habe Der Zustand mag vielleicht nicht perfekt sein Aber es ist mir wirklich wichtig Es ist so zu restaurieren, dass es fast dem Neuzustand entspricht Oma kümmert sich sehr um das Auto Aber es zeigt sich immer mehr, dass er alt wird Genau, wie dieses Auto Eine Herangehensweise könnte er gut gebrauchen Eine neue Ich möchte ihn überraschen Der Zustand der äußeren Elemente sollte in Ordnung sein Aber der Rest Der schwierige... Der schwierigere... Nee Schwieriger zugängliche Teile Übervollert die Fähigkeiten von Opa Kannst du dich bitte für mich um diesen Klassiker kümmern? Wir sehen uns Okay Okay Es hängt Jetzt Naja, weil wir draußen sind Fahrzeuginfo 208.000 Spur einstellen? Spur einstellen Ja gut, das ist... Äh... Äh... Kraft... Kraft... Stoff... Piumpe So... 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 Der Motor springt immer noch nicht an Keine OBD Batterie könnte leer sein Ach, Sicherung gab es ja hier auch Schon länger her, dass ich die... Ja, ein bisschen... Alter Schilder... Anlasser, okay Das muss ich von unten... Äh... Nee? Ach cool Werde ich genau auch nicht haben Anlass... Okay So... Oh nein Ist das... Ja gut, ich... Sag mal so, ist ganz schön günstig Meiner für meiner, du kostest 270 Hier ist das Abnuss Jawoll Okay Das mag das Auto Oh Gott Korbelwelle, das war's Korbelwelle, boah Korbelwelle, Korbelwelle, Korbelwelle Ich bin grad... Kusch... Ich bin leicht überfragt Korbelwelle Das... Doch klar, das ist ja... Verdammt Korbelwelle war ja unten drin, ne? Da Bremsen? Hätte ich jetzt nein gesagt Okay Dann fangen wir mal an Knappmaus Das ging ja hier nicht Stimmt ja Ich bin grad gewundert So... Oh mein Gott Nicht so geil Ich hasse Diese Fahrzeuge Und schraub doch noch so langsam Der Typ hier Oh... Jetzt kann ich das überspringen Und weiter geht's Manchmal so wie beim... Anderen Spiel Und weiter geht's Sooo... Na... Perfekt Hä? Was wir für eine kleine Zündkerze haben wir jetzt... Na gut, die müssen wir eigentlich auch rausschrauben Und nicht mit einer Schraubeschraube Die Musik hab ich mal leiser gemacht Weil da hab ich jetzt ständig hier irgendwelche Sachen bekommen Von wegen... Ja... Geh mal... Oder was das hat... Ne... Nicht Geh mal... Wie heißt das ähm... Rechte Kram hier... Keine Ahnung wie das heißt... Der ganze Bilder Ja... Also geil ist die Musik jetzt eh nicht... Achja... Die Zünder müssen wir hier auch raus... Die Zünder müssen wir hier auch raus... Die Zünder müssen wir hier auch raus... Ok... Ihr auf jeden Fall auch... Ähhh... Ah neiiiin... Servo... Ah verdammt... Ne nicht Servo... Quatsch... hä? Welche? War das jetzt Öl? Scheimcluster. Ah, da habe ich leider nicht mehr dran gedacht. Korbelwelle. Ah, verdammt, da war das große. Und jetzt ist das Öl ja eh raus. Der Reifen muss ab oder? Nee. Okay. Super. Hätte zwar eine Tür auf Nummer sicher gehen können und Öl trotzdem mal ablassen, aber. Das war Öl. Dich habe ich doch aber abgelassen. Ah, dich habe ich abgelassen. Du bist auch noch voll. Ey Leute, was habe ich denn jetzt vergessen? Ah, vom Kühler kann man ja auch was rausnehmen. Verdammt. Nee. Moment mal. Schon zu lange nicht mehr gespielt. Das ist jetzt echt ärgerlich. Okay, das ist echt, echt ärgerlich. Naja, passiert. 150 einfach weg. Ich frage mich zwar, warum das 100 Dollar kostet, weil ganz ehrlich, man macht das sowieso weg. Da holt man sich niemanden. Ah, naja. So. Haben wir komplett die Kamera gedreht. Auch kaputt. Tatsächlich. Dann lohnt sich das wenigsten. Okay. Von innen ist die Motorhaube. Reksch. So, fahren wir wieder hoch. Okay. Einkaufsliste hinzufügen. Wie war das mit Q, ne? Äh, mit X. Ja, ja, ja. Mit X. Mit X. der Motorhaube. Das habe ich gerade unten auch gelassen. Äh. Ach, vom Motorhaube schon wieder. Ja, gut. Da kann ich auch kaufen. Moment. Äh. Eingaufsliste Hä? Warte mal, warum stand das da drin? Egal. Oh, ich hätte eh. Ja. 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 Da muss ich noch mal ganz kurz gucken. Gut zu wissen, dass hier keine neuen reinkommen, aber hier. Sehr gut, der Schrauben geht immer noch echt langsam. Boah, passt da perfekt hier bei dem Fahrzeug, krass. Super. Ne, aber das hier war kaputt. Genau. Perfekt. Was auch nicht kaputt. Duschung gar nicht. Guck jetzt gleich mal ganz schnell, ob ich ihn nicht nochmal leveln kann, das ist ja ultra langsamer schrauben. Bitte was? Freischalt mit Enter. Guck mal. Okay. So, 100%. Ich meine, das ist zwar nicht wichtig, aber ich, boah, weiß ich nicht. Oh. Okay. Okay. So. Naja. 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 Zündi. Sehr gut. Sehr gut. 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 Auch noch ran. Zündis hier ran. Auch. Oh, hier kommen Schrauben. Sehr schön. Ist auch heiler. Auch heiler. Auch. Geil. Okay. Eigentlich nur Ventilstüßelstang. Acht. Ah, 32. Kippebel. Sehr gut. Oh, ich hasse es. So. Haben wir die auch hier. Warte. Was? Ach ja, 16. Ist halt ein V16. Oder 16V so. oben. Ah. Huch. Äh. Okay. Na. Es geht weiter mit dem nächsten. Oh. 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 Ja. Sehr. Mist hier auch geschafft. Na. Okay. Gut. Genau. Vorne die Keilriebe. Steuerkette. Ölfilter. Nocken wir ein Rad. Okay. Hab ich dich gekauft? Nee. ohoh. So. T-tab. Weg hin, double-click. Weg hin, double-click. So. Back. Spreng nicht hin und her. T. So und so und so. Du müsstest ja eigentlich so weit gewesen sein. Okay, super. Oh verdammt, stimmt ja. Ich vergesse das immer wieder unten. Ich glaube, ich dürfte nicht in der Werkstatt arbeiten. So. Das war knapp, aber ich habe es geschafft. Ich bin noch dran gekommen. Super. Und... Finish. Bin ich unter 30 Minuten? Ich hoffe. Nur noch habe ich es auch nicht abgegeben. Ah, verdammt. Okay, Spur. Stimmt. Okay. Also nein. Ich glaube, bei einer halben Stunde bleibe ich nicht. Ich wüsste gerade nicht mal, wo man Spur einstellt. Scheiße. So. Ich würde dich jetzt gerne mal... Ich würde mal gerne... Bitte lass mich mit da sein. Also hier... Und hier... Und hier... Und hier... Ich muss mal ganz kurz nochmal rüber, weil ich glaube, ich kann das sogar nicht machen. Ne. 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 Doch, Diagnosefahrt. Doch, tatsächlich. Okay. Licht ist da. Achsvermessung. So, cool, okay. Gut zu wissen, dass das auch geht. Hier ist alles fertig, hier auch. Ab vorab schließen. So, vielleicht trotzdem noch unter einer halben Stunde. Gut, dann vielen Dank für's Zuschauen, abonniere mich, schreibt in den Kommentar, ob es dir gefallen hat. Oh, Moment, Moment, Moment. Natürlich, natürlich. Also, ja. Kiste, irgendwas anderes, nächste Kiste. Karte, Punkte. Ja. Super. Teile verkaufen. Genau. Verkaufen. Super. So, jetzt aber. Fina, fühlst du schon ablieblich? Gib da nur rum, schreib dir in den Kommentar, ob ich es dir gefallen hat. Tschüss. 喚st. Tschüss. 泰 secured.